Hallo liebe Leute, wir sind hier gerade in den wunderschönen Mavic Studios Nummer 2 und nehmen Choraufnahmen auf mit Project Soul, die ihr gerade gehört habt und seht. Und zwar machen wir, dass hier die neue Single wachsen. Ich kann nicht warten auf die Free Drinks, doch ich warte auf die Free Drinks, ich kann nicht leben ohne Free Drinks, doch ich warte auf die Free Drinks. FRANKS! Ich kann nicht leben wollen, free drinks! FRANKS! Holen Sie von free drinks! FRANKS!